Hey Leute, es ist jetzt wirklich gar kein typisches Video für mich, aber ich musste das jetzt einfach machen. Was ist bitte Fabian Rehse, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, für eine geile Sau. Aus dem Nichts, wirklich aus dem Nichts, Nichts, Nichts macht Hertha mit Rehse einfach einen Koop-Post bei Insta und er sagt, Hertha-Fans, ich habe euch was zu sagen. Ich denke so, oh nein, was kommt denn jetzt? Dann sagt er einfach, ich glaube an unserem Traum und heb sein Trikot hoch, 2028, um zwei Jahre verlängert. Ich schwöre euch, es gibt anscheinend noch andere Fußballer, dass er ein anderer Fußballer ist als andere, habe ich ja auch gedacht. Aber im Endeffekt sehen sie es halt einfach als, ja, es ist halt ein Job für sie und sein großer Traum ist die Bundesliga. Und der wird Angebote en masse haben. Er hätte ja auch einfach warten können, er muss ja dafür gar nicht jetzt verlängern, er hätte ja noch bis zum Ende der Saison warten können. Wir sind gerade im Niemandsland, eigentlich auch so ein bisschen der Tabelle und er verlängert einfach bis 2028. Es ist wirklich, Leute, es ist für mich wirklich unglaublich und ich habe es gesehen, ich hatte Kopfhörer noch auf. Ich habe es gerade gesehen bei Insta, ich hatte Kopfhörer auf, ich hatte, keine Ahnung, ich habe gestern noch gesagt, ich will nicht so einzelne Spieler hypen, aber das ist ja irgendwie was anderes. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Ich hatte wirklich Gänsehaut am ganzen Körper und ich dachte mir, ey, ich glaube das nicht, was ist er für ein geiler, ja, was ist er einfach für ein geiler Typ. Ist ja auch irrelevant, ob da jetzt irgendwie eine Ausstiegsklausel drin ist, die wäre ja dann gegebenenfalls hoch, aber er hätte ja sogar noch bis 2026 Vertrag. Unfassbar geiler Typ, jetzt erstmal alle einen Shop und sich ein Resetrikot holen. Ich habe gestern noch gesagt, dass ich mir eigentlich nicht mehr so gerne Namen raufmache, aber damit habe ich wirklich bei aller Liebe nicht gerechnet. Das war auch in meinem Kopf immer so, ich liebe Fabi Riese, aber ich will ihn gar nicht zu sehr hypen, weil ich zu sehr im Hinterkopf hatte. Naja, im Sommer ist er bestimmt eh weg, weil dann wieder irgendein Erstligist kommt und ein Angebot macht. Und es gibt auch etliche Klubs, wo ich weiß, dass er in der Bundesliga safe performen könnte und die weiterbringen könnte und er verlängert einfach bei Hertha. Ey, was für ein geiler Typ, was anderes fällt mir dazu nicht ein. Ich kann ja nochmal kurz nachchecken. Marktwert Fabi Riese, der sollte sich jetzt erstmal direkt natürlich erhöhen, auch wenn die Vertragslaufzeit bei Transfermarkt ja da immer nicht mit reinspielt. 4 Millionen Marktwert. Ey, man muss sich einfach, diese Gerüchte, ja, Wolfsburg, Augsburg, Werder, 100% waren da auch andere Klubs interessiert. Es fallen mir so viele Bundesliga-Klubs ein, wo er direkt hin könnte und wir wissen ja noch gar nicht, wer aufsteigt, wo er auch hinpassen könnte. Und bei mir im Hinterkopf war halt immer, ey, guck mal, der war auch bei Kiel und hat trotzdem den nächsten Schritt gemacht. Ey, ich bin einfach geflasht, das ist natürlich kein sehr detailliertes Video, aber alleine, wenn man sich so seine Statistiken bei uns nur die Torbeteiligung anguckt. Die Torbeteiligung widerspiegeln oder spiegeln ja gar nicht wieder, was für einen Wert er für unser Team, für unsere Fans und alles hat. Er hat 19 Spiele in der Liga, 6 Tore, 8 Vorlagen, 4 Spiele im Pokal, 4 Tore, 3 Vorlagen. Das heißt, er hat 23 Pflichtspiele, 10 Tore und 12 Vorlagen. Und das ist vielleicht die Hälfte von dem, was er uns bringt, ja, diese Tore, diese Abschlüsse. Ich bin vollends begeistert, dass es noch sowas bei uns gibt und gestern noch darüber gesprochen, dass ich nicht mehr diesen Spieler-Hype habe. Aber ich fühle mich gerade wie ein kleiner Junge, ein Zehnjähriger, wo der Lieblingsspieler verlängert hat. Und das in unserer Situation. Es ist wirklich ein Traum. Es ist ein Traum. Schreibt gerne eure Gefühlswelt rein. Ich weiß, es ist ein atypisches Video. Wir werden heute Abend im Talk mit Benni Grund darüber natürlich auch nochmal reden. Aber ich wollte einfach dieses geflashte Gefühl mit euch kurz teilen. Gönnt euch gerne den Vorbericht. Das habe ich ohne Wissen aufgenommen, den Vorbericht heute Mittag. Ohne Wissen aufgenommen, was für eine Nachricht auf uns kommt und wie geil Hertha das auch gemacht hat. Ey, ich bin richtig glücklich. Ich gehe jetzt erstmal in den Gym und pumpe doppelt so viel Gewicht wie normalerweise. Einfach nur geil, ey. Einfach nur geil. Fabi, bester Mann. Geile Sau. Macht's gut, Freunde. Hauhe. Gönnt euch gerne den Vorbericht. Wir sehen uns später im Stream.